Hallo liebe Kinder, ich bin die Akazienmaus und ihr findet mich an der Grundschule am Akazienmällchen. Kommt einfach mal mit. Jeden Morgen treffe ich meine Klassenfreunde vor der Schule und wir gehen dann gemeinsam zur ersten Stunde. Wir lernen lesen und schreiben. Frühstückspause. Zeit für ein gesundes Frühstück mit frischem Obst und Gemüse. Mh, lecker. Und schon geht's zur nächsten Stunde. Wir haben Verkehrserziehung und lernen, wie wir uns sicher im Straßenverkehr verhalten. Jetzt ist Pause. Yay! Die Jungen spielen Fußball. Und die Mädchen spielen Gummihopsel. Akazienmaus, schön, dass du in unserem Matheunterricht bist. Wir lernen rechnen mit kleinen und großen Zahlen. Unsere Lehrerin macht das echt gut und zeigt uns, wie einfach Mathe ist. Wie viel ist 2 plus 3? Gregor? 5. 5. Jetzt geht's in die große Tornhalle. Wir lernen neue Spiele wie 2 Felderball und haben viel Spaß dabei. Mittag! Es gibt Nudeln mit Tomatensauce und das schmeckt wie zu Hause. Mmmh, lecker. Es macht satt und glücklich. Nach den Schulstunden wartet der Hort auf uns. Wir spielen und basteln und wenn die Sonne scheint, dann toben wir draußen auf der Hortwiese. Aushalb der Schule haben wir eine tolle Skaterbahn. Echt coole Sache. Und scheint die Sonne mal nicht, dann freut sich die Bibliothek auf uns. Lesen macht Spaß und es gibt ein spezielles Programm, womit wir Punkte sammeln können. Werd einfach mal neugierig und schaut in der Bibliothek vorbei. Hier ist ein Buch für dich. Danke, das ist aber toll. Ich möchte dieses Buch ausleihen. Du darfst dieses Buch vor 10 Tagen behalten. Tschüss. Die Schulkinder gehen nun nach Haus und der Film ist aus. Musik Die Schulkinder gehen nun nach Haus und der Film ist in 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 der Film ist in